Der Chef des US-Geheimdienstes NSA, Keith Alexander, hat sich erstmals zum umstrittenen Prison-Programm geäußert. Vor einem Washingtoner Senatsausschuss verteidigte der Vier-Sterne-General das Sammeln von Daten aus Telefonaten und den massiven Zugriff auf Server von Internetfirmen. Das hat uns geholfen, Dutzende Terroranschläge hier und im Ausland zu verhindern. Darunter sei ein Terrorplot gegen die New Yorker U-Bahn 2009 gewesen. Alexander betonte, seine Mitarbeiter würden sich an Recht und Gesetz halten und zugleich die Sicherheit der USA schützen. Der ehemalige NSA-Mitarbeiter Edward Snowden, der das Prison-Programm öffentlich gemacht hatte, habe Amerika dagegen großen Schaden zugefügt. Der abgetauchte Snowden legte in einem Zeitungsinterview nach. Seit 2009 habe die NSA Cyber-Angriffe auf hunderte Ziele in China und Hongkong durchgeführt. Darunter Universitäten und Unternehmen. Die Echtheit von Snowdens mutmaßlichen Beweisen konnte die Zeitung nicht überprüfen.